Einmal hier vor dem Spiel. So läuft es. So, bevor wir natürlich sagen, dann kann man auch noch vor dem Laden geben. Also, links, dann geben wir einfach die Schwesterflücke. Nein, nein, nein. Dann gibt es die Lucht. Dann machen wir es. 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 Aber gut. So, wenn ihr den Klick einschaut, ihr könnt es ja sehen, wenn ihr erst. Wenn ihr das eingebautet habt, ihr könnt es ja sehen, schauen wir mal auf den Augen. So, jetzt zum Kahn. So, ganz gut. In jedem Zuge haben sie einen emotionalen Kahn. Die beste Lampen hier mal zum Kahn. Dann geht ihr nochmal die Lampe aus und die Hände, dann sind die Brems drauf, ja. Dann steht das immer schwer. So, wenn ihr den Klick einschaut. Da vorne erst ein bisschen mehr Gas sehen, dann könnt ihr euch noch ein bisschen mehr ganz langsam, die gute Masse verwechseln, wenn ihr die Schwerste auf den Fehler habt. Solltest du alle anhalten wollen, nimmst du eben durch die Nullsteller, und du wirst jetzt auch mal die Spitze der Spitze von vorne aus. Achtet. Dann lasst du mal die Nullsteller zurückfahren, die du auch gespielt hast, und dabei nicht in die Bremse. Märtyn, Das ist Mürbur, das ist Mürbur, das ist Mürbur, das ist Mürbur. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Aussteigen Vielen Dank.